Auf diesen Film warten Millionen. Nach dem sensationellen Erfolg der beiden ersten Winnetou-Filme erleben sie nun den absoluten Höhepunkt. Einer der schönsten Erzählungen von Karl May. Winnetou steht gemeinsam mit den Häuptlingen befreundeter Stämme und mit seinem Blutsbruder Old Shatterhand im Kampf gegen üble Geschäftemacher, die das Land in ein Chaos stürzen wollen. Winnetou hielt den Spur des Friedens. Und er muss wissen, ob nun der große weiße Vater in Washington ebenfalls gewillt ist, den Friedensschwur zu halten. Denkt mein Bruder auch daran, dass in Santa Fe unbekannte Gefahren lauern, die die neue Zeit mit sich bringt. Raue Sitten herrschen in den Städten des wilden Westens. Na Mädchen, wie wär's mit deinem Küsschen? Es können auch zwei sein. Ich bin ja gar nicht so... Winnetou ist in höchster Gefahr. Banditen trachten ihm nach dem Leben. Werf die Waffen weg! Nur eine kleine Schwadron Berittener steht dem Gouverneur zur Verfügung. Ihr Häuptling Winnetou seid der Mann, auf den ich meine Hoffnung setze. Ein Carmai-Film, der alles weit übertrifft. Winnetou. Das Meisterdein eines deutschen Regisseurs mit einer Weltstar-Besetzung. Der Häuptling der Apachen und sein berühmter Freund Old Shatterhand. So, mein Freund Winnetou. Er hat noch mehr gute Freunde. Was wollt ihr denn, ihr Gartenzwerg? Ihr wollt wohl eins aufs Maul haben. Ein Film voller Hochspannung führt uns in die bewegte Pionierzeit des wilden Westens. In diesem Augenblick entscheidet sich vielleicht, wie und ob überhaupt in Zukunft ein Zusammenleben zwischen weiß und rot möglich ist. Zwischen den kämpfenden Fronten ist ein junges Mädchen ganz auf sich allein gestellt. Wenn es Winnetou gelingt, sich mit dem weißen Büffel zu einigen, dann ist alles verloren. Wenn die Sonne hinter dem Gipfel des Berges versinkt, werdet ihr wünschen, eure Mütter hätten euch niemals geboren. Sie kommen, ihr müsst euch beeilen. Ein erfahrener Westmann findet immer einen Weg, denn es gilt, die Freunde zu retten. Auf den alten Sam Hawkins könnt ihr euch in jeder Lebenslage felsenfest verlassen. Das weiß ich, Sam. Macht's gut. Na, macht's mal selber gut, Trinhorn. Banditen und feindliche Indianer fallen in das Land der Apachen ein. Im Kampf um die Heimat ist jedes Mittel recht. Jäger werden zu bejagt. Niemand kann Winnetou aufhalten. Diese Rothaut hat fünf Leben, wie eine Katze. Lauert ihm auf alle Fälle am Bärenfluss auf. In einer Landschaft von wildromantischer Schönheit erleben sie Abenteuer von unwahrscheinlicher Realität. Los, kommt! Jetzt sitzt er in der Falle! Ja, los! Hey, hier! Winnetou und Old Shatterhand nehmen es mit jedem Gegner auf. Ein atemberaubendes Filmerlebnis. Höhepunkt und Vollendung der Lebensgeschichte des Häuptlings der Apachen. Ich sag's noch einmal. Winnetou und Old Shatterhand sind tot. Das ist eine Lüge! Peter, ich lebe! Und Winnetou lebt ebenfalls! Winnetou und die Helden des Wilden Westens sind unsterblich geworden. Ein festliches Ereignis für alle Filmfreunde beginnt demnächst in diesem Theater. believe in den Herbels-Vote-Kaut брannet du Gephts auf gibt. Josas wünscht sich unserer Zeit-Kautom-Kautom-Kautom Und das wird sicherlich geschehen, aber auch hier gewöhnt. Alles ist die ganze Zeit-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom! aber auch hier. Sie sollen mal auf die Welt-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom-Kautom.